Wir werden dein Reich kommen sehen, werden am Ende vor dir stehen, wenn deine Liebe überwindet. Also die zwölf Songs reihen sich auch ein bisschen wie dieses Vier-Liederbuch, so über den gesamten Bogen der Themen eines Gottesdienstes oder auch des Kirchenjahres. Das Thema Lobpreiserbetung ist eigentlich unerschöpflich, es geht zwar immer wieder basismäßig um die gleichen Dinge, aber die sind so substanziell so wichtig, dass sie immer wieder neu gesagt werden müssen. Durch deine Treue singe ich ein neues Lied, singe laut und der Grund dafür bist du. Und ich sage, der Grund bist du. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!